Hi, hier ist Alex von Hightight. Ich wollte euch Bescheid sagen. Schaltet nächste Woche am 18.06. um 19 Uhr ein. Wir rocken zusammen mit Shorty beim Black Sheep Livestream unter der Pyramide. Das Ganze wird organisiert von der Kreisparkasse Heilbronn, vom Kultursofa. Das Ganze findet ihr dann auch relativ einfach im Internet unter kultursofa.in. Schaltet ein, seid dabei und habt einen schönen Abend.